ja und leute ich mache dieses Video ganz schnell und kurz und wollte euch nur paar Sachen erzählen und zwar die Leute die die Leute kennen ja meine Videos und sowas und ich wollte noch etwas wissen bevor ich mit dem Video also ist eigentlich nur eine Frage so ob die Leute noch eigentlich meine Videos gucken und darum bitte ich euch nicht jetzt abzuschalten bitte das Video kurz bis zum Ende zu schauen weil es nicht lang ist und bitte einfach kurz in diesem Video was in die Kommentare zu schreiben damit ich bitte sehen kann wer noch aktiv ist ich freue mich mag es sehr YouTube zu machen und bitte ich bitte die Leute in die Kommentare allgemein mir in die Kommentare irgendeinen netten Kommentar zu schreiben damit ich sehe dass ihr noch aktiv seid also bitte Leute falls ihr dieses Video seht ich hoffe es macht es wie gesagt ich habe mich sehr angestrengt für YouTube also ich wollte es zumindest das war eigentlich die einzigen Sachen die ich euch sagen wollte ich habe ja noch ein kleines Hintergrund Gameplay was war nicht so laut schreibt bitte in den Kommentaren dass ich auch sehe dass ihr dass einer überhaupt noch meine Videos guckt ich habe hier noch im Hintergrund Gameplay ähm das ist ein Video ich werde euch mal zeigen ich wollte es euch mal zeigen und ich habe halt die Frage ob ein paar Leute noch meine Videos gucken das ist jetzt ein Free Hintergrund Gameplay das kann ich euch ja schon mal sagen von Lone Gelblei hier früh steht in der Beschreibung hier und zwar wollte ich fragen ob noch einer meiner Videos guckt und darum bitte in die Kommentare ihren Epic Games Namen zu schreiben oder irgendeinen Kommentar damit ich halt sehe, dass ihr mich noch hört und wie gesagt um einfach nur in den Kommentar zu schreiben ob er mich überhaupt noch unterstützt also damit meine ich jetzt ob er noch meine Videos guckt weil wenn man sich jetzt mein Kanal anguckt sieht man ja, dass ich jetzt nicht so viele Abonnenten habe weißt du, bei meinen ersten Videos war ich auch ein bisschen schüchtern so auf YouTube zu gehen und so frei zu reden darum war ich immer leise also ich hab immer leise YouTube getan bei YouTube geredet weil ich halt ich war ein Schisch dann vor der Kamera zu sein also wie ich zocke, Videos hochzuladen und sowas also nächster Zeit werde ich es ein bisschen mehr probieren und ich würde eigentlich sagen das wollte ich euch alle sagen also bitte schreibt euren Epic Games Namen in die Kommentare ich lasse noch das Hintergrund Gameplay ein bisschen laufen falls es euch interessiert also schreibt euren Kommentar damit ich sehe ob ihr noch aktiv seid darum guckt bitte zu dieses Videos zu Ende bis ich nicht mehr was sag und ich würde jetzt sagen das Intergrund Gameplay lasse ich euch noch ein bisschen gucken aber ich wollte halt nur wissen ob ihr aktiv seid also schreibt bitte ein Kommentar tschö 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.